Und mit retten soll wahrscheinlich gemeint sein, bekämpfen, nicht wahr? Ja, auf zurück zum Habitat, okay. Eike, da liege ich ja richtig. Wahrscheinlich müssen wir ihn dann wieder bekämpfen. Und er ist sehr groß. Hör auf immer zu dashen. Wieso zu dashen? Ich bringe doch einmal durch. Ach, du meinst das hier, ja genau. Ich lass dir auch so aus, muss ich schnell alle. Ist sie noch schneller, wenn du immer den Dash machst? Vielen Dank, Lord of Tentral. Family happy. Du möchtest wirklich sie, nicht wahr? Family like. Du nicht möchtest deine Familie? Das ist nicht so, wie ich meine. Es ist nur, dass ihr eigentlich nicht das gleiche species ist. Does that matter, Mom? Family likes me. Ich liebe Family. Ich... My one doesn't quite understand. Was sie versuchen zu sagen, ist, dass es so lange als Family-Members get along gut ist, dann nichts anderes ist. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge and connections we've made to be more important. Hör mich ja ein bisschen an die, äh, aufgestiegenen Wesen-Icon, nicht wahr? Außer, wo wir es letztens erwähnt haben mit Stargate. Weißt du es noch? Was? Das ist ein bisschen wie die Aufgestiegenen an Stargate. Die sind ja, in dem Fall jetzt erwählen, äh, dafür entschieden haben, eine menschliche Form anzunehmen. Nicht wahr? Oder wie Uralte, die kurz in eine, in die sterbliche Welt kommen, um Erfahrungen zu sammeln und dann zurückzukehren. So, weiter. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. Was denn Paimon sich verändern würde? Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Kommt drauf an. Hier mal ein paar, hier mal ein paar Bilder von einer ge-veränderten Paimon. Du meinst erwachsener? Oh, yeah. Komm. Na. Na. Nicht die, nicht die, nicht die Nyan, nicht die Nyan-scha, Paimon. Okay. Grüße an Thickwark. Oh, yeah. Es sei sick with a cue, aber trotzdem. Alter, diese Hunde. Oh. Und Pferde. Der Kollege hat echt Probleme. Oh? Hm. Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. Könnte man sagen, das ist ein Dschungel-Telefon? Hm, it appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then the pep may be in danger. Oh, sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fun guys still wouldn't help us at all. Hm. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? Hm, I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Urminsul covers every inch of the land. Und auch der ganzen Welt, ja. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. Ah. Yeah. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? Hmm. It's impossible to preserve forbidden knowledge, but... What if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. We also, we need to get back in the river? I don't know. Ah. If you can here in the river, you will close the world up in the dark. Watch out. 62.000�. Come on. Come in the river with you. Ah, yeah, yeah. I'm going to the water with you. I already go. I already can. You can scan it, so you can see it. Ah, yeah. Everyone will go. Das kennen wir ja schon. Okay, dann ab in die Kluft mit dir. Okay, in der Aufzugruft. Äh, Kluft. Äh, äh. Was denn? Achso, der Karte. So, wo ist es denn? Ah, da, der hintereste Teil. Einfach praktisch, dass wir mal gleich direkt neben dem Teleporter ist. Also meistens. Ey, was? Du hast immer noch den Aussichtspunkt, du... Das wollte ich jetzt haben. Du Sacknase! Wehe, du hast Shikongs Brief noch nicht gefunden. Ihren Brief? Oh Gott. Hör doch auf, da immer zu markieren. Ja. So, that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Das wollte ich jetzt auch wirklich, dass ich den noch nicht, äh, ausgewählt habe, den Aussichtspunkt, weil ich hier schon so oft gewesen bin. Oh, das ist ja ein Nagel. Oh, das ist ja ein Nagel. Ja. Er ist darunter gestürzt und hat sich hier durchgebohrt, oder reingebohrt. Würde das nicht bedeuten, dass der Jogler richtig Probleme an dem Ding kriegt? Ja. Oh, die Blasen, die durch Seifenkraut in Wasser entstanden sind. Ja, der ganze, der ganze böse Schleim, in Anführungszeichen. Oh, eine andere verrückte Metaphor. Aber Paimon bekommt irgendwie diesen. Was der Lord of Dendro bedeutet, ist, dass die Apocalypse durch die Kraft des gigantes Spikes und sich in der blöse Schleim. Ja, und es sollte nicht weit von hier sein. Lass uns gehen und schauen uns. Dir ist klar, dass Nahida gerade in Liebe ist, oder? Ja, das ist das erste Mal. Also ein bisschen storymäßig, ne? Wir können ja schlicht mit überall gehen. Und jetzt nehmen wir den Aussichtspunkt mit. Jetzt müssen wir da gleich mal, machen wir mal kurz einen Schnitt. Denn Dichon muss da links geradeaus jetzt hoch rumklettern und den Brief von Shikong finden. Okay, jetzt haben wir das Schicksal von Yujong erfahren. Und jetzt weiter mit der Quest. Schweike. Aber aufpassen, dass wir nicht in eine Zwischsequenz landen. In der Luft, meine ich. Halte ich da lieber ein bisschen respektvoll Abstand. Wir haben den Karrisatatück dabei. Es muss erst zum Gug gehen und den zerstören, sonst sind die Viecher da unzerstörbar. Ich weiß, er kommt immer wieder. Das ist die Quelle, sozusagen. Ach Gott, ich hasse diese Viecher. Vielleicht ausweichen, das würde mal helfen. Das Beschissene an denen ist ja, dass sie die Energie von den Leuten, die Lebensenergie abziehen von den nichtaktiven. Deswegen Bildschirm ausweichen. Easy. Die hat aber eine interessante Form. Es sollte die Lebensform von der Prophezien sein. Das Licht. Warte. Was ist schmerz. Was ist nicht richtig. Was ist passiert? Die Hida sagten, es wurde purifiziert? Offensichtlich nicht. Vielleicht ist es, dass sich eine lange Zeit langer Zeit langsgeistig ist. Vielleicht ist es, dass die Macht von der Ölgenden Felten ist stärker als der Apokalypse, es ist noch eine Form von gefährlichem Macht. Es könnte es sich verletzen, nachdem es sich verletzt in die Zeit langsgeistig ist. Oh, no. But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Mi vida. Traveler. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Oh, yeah. You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. Ah. You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Was könnte denn passieren? Don't understand. This no good. That no good. Save life. Important. Yes, I understand. But this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. Hmm. How about this? Traveler, you could try using it. Benutzen und einsetzen? Äh, lieber benutzen. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. My mom will be worried. Das war alles? Ah. 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 Wie lange habe ich gewartet hier? Ja, sieht aus wie es funktioniert! Herr Dendril, hier in der Person. Das bedeutet, dass die Apokalypse nach einem Ende gekommen ist? Warte, hast du wieder getrennt? Entschuldigung, diese Teil meiner Erinnerung ist sehr unverlässig im Moment. Ich kann nicht erinnern, wer du bist. Hm, das klingt nicht richtig. Nach allem, der Ziel meiner Erinnerung ist genau für die unverlässigen Erinnerungen, die du von sprichst. nicht von dieser Welt und hat anscheinend sogar Fähigkeiten, Irmenschul zu umgehen. Das wussten wir ja auch nicht. Aber wir wissen auch, dass die Hexen aus Teyvat, also die Teyvat-Hexen, diese ganzen... Wir haben ja mit der einen Hexe geredet in der Skaramouche-Quest, wo alle dachten, dass das... Wo ich dachte, dass das die Zeitgöttin ist, beziehungsweise einige dachten, dass das der Hydro-Arkon ist, war aber eine der Hexen. Die Hexen sind nicht anfällig für die Änderungen von... Nicht anfällig für die Änderungen von Irmenschul. Sie können davon nicht beeinflussen, sie stehen über dem Ding, sie können darüber gehackt werden, sie können das Ding sozusagen hacken, oder sie können nicht alteriert werden davon. Weil alle anderen haben vergessen, wer Roque de Vata ist, sie nicht. Denn Alice hat die Charaktervorstellung für... 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 für Nahida gemacht, und nicht Dane Slave. Dann sind wir also nicht der Einzige, der sich noch daran erinnert, weil wir nicht aus Teyvat stammen. Unsere Schwester unter Garantie auch. Okay. Weiter. Du hast damals gesagt, dass die Apokalypse komplett erradikiert wird... ... und dass relevante Erinnerungen nicht werden. ... und dass sie nicht stabilisieren können. Auch du kannst nicht sagen, dass du unsere Änderungen erinnern würdest, nachdem diese Änderungen stattfinden. Aber du bist definitiv jemand, der bleibt wahr, mit deinem Wort. Mein Geheimnis ist nichts, wie dein Resolven. Du und ich haben das Änderungen gemacht? Ja. Du hast deine Macht benutzt, um mich zu beschützen. Das ist der Grund, warum ich hier hier konnte. Oh, da sehen wir sie nochmal. Der Moment habe ich mit ihm gewonnen, ist der Moment, in dem ich meine Chance verabschiede von dem Lord of Dendro. Aber genug mit mir. Lord of Dendro, wir kommen zu der wichtigsten Wettbewerb. Wie Sie sehen, ich werde nicht länger dauern. Ich verstehe, und ich entschuldige, aber... Kannst du mir bitte erzählen, was das ist? Das ist ein Feuerseed. Es ist ein essentielles Item, um den Dendro-Dragon zu retten. Glückwunsch, dass es in guter Kondition sein wird. Der Lord of Dendro und unsere Leute haben dieses Item zusammengefasst. Es mimikert, wie das Dendro-Dragons-Heart der Oasis arbeitet. Dass wir diesen Kristall gebrauchen werden, um später den Dendro-Dragon zu retten. Der Dendro-Dragon wurde durch den Apokalypse zu lange verabschieden. Es ist auch die Ende seiner Macht. Aber wenn du sie reaktivieren, um den Dendro-Dragon zu retten, und wie das Ergebnis ist, unsere Hohenland wird zurückgekommen, wie es damals war. Oh! So, das Herz der Oasis ist eine PEP-Source von Kraft. Es ist kein Wunder, dass das Kristall dieses Fungus gerade jetzt zu retten konnte. Das ist, was es für das benutzt wurde. Ist ja auch nicht weit hergeholt, dass das Herz die Quelle der Energie ist, nicht wahr? Lass mich raten, dadurch hat es Energie verloren, oder? Das ist... Oh, das ist... Oh, das ist doch nicht. Es ist nicht deine Schuld. Du wirst nicht wissen. Die Feuerseed hat eine große Menge, von Elemental-Präumen in der Mitte. Es ist sehr stark, aber auch sehr fröhlich. Es ist nicht stabil in der heutigen Form. Um zu verhindern, bitte nicht mehr benutzen. Es ist eine Wunderschöne. Aber ich bin ihre Erklärung, ich nehme die Verantwortung für das. Ich bin sicher, dass es keine Chance hat. Okay. Außer von der K勵st die Dendro-Dragons zu retten, die Feuerseed kann auch mit dem Herz der Oasis rechnen, in anderen Worten, Du wirst die Dendro-Dragons zu retten, indem du die Dendro-Dragons zu retten, Aber du musst schnell gehen. Es gibt wenig Zeit zu verbreiten. Was ist mit dir? Vergiss mich über mich. Du musst nach Hause gehen. Jeder ist nach Hause, including dich. Wie ich gesagt habe, ich habe bereits verloren, meine Chance zu werden von den Lorden Dendro. Lorden Dendro, ich danke dir für mich gekommen zu finden, und für dich bereit zu retten, den Dendro-Dragon zu retten. Unsere Vergangenheit hat sich geholfen, und unsere Zukunft hat sich geholfen. Es ist genug für mich, einfach zu wissen, dass sie nach Hause zurückkommen. Hey, warte! Es hat sich... verletzt, was... verletzt. Kannst du den Lumensturm noch einmal mehr nutzen? Ich kann es noch nicht fühlen, seine Elemente. So gut könnten wir es ja. Bitte, von allen uns, es verdient die Chance, dass sie nach Hause zurückkommen. Der Partner zu verlieren, aber nicht. Es ist eine kleine Menge, die ich hinterlassen habe. Wenn Sie nicht fühlen, dass Sie nicht fühlen,! Ich kann es nicht fühlen, dass Sie nicht fühlen. Ich kann es fühlen, dass Sie uns fühlen und sehr fühlen. Es hat alles zurückgezogen, in den Weinen. Let's go! Soll das implizieren, dass, ähm, Nahida, Heike? So, auf Wiedersehen, weil das implizieren, dass Nahida Sumo nicht als, äh, ja, äh, nach Hause, äh, sieht. Ja, ich weiß, das ist doch ein neues Gebiet. It's not much further. Follow me, we're close now. Na dann los jetzt, das würde ich jetzt überraschen, Lichang. Aber jetzt wirklich, ja? Wir hatten ja schon ein paar Überraschungen gehabt. Die zum Beispiel sprechende, die sprechende Pilzbestien. Mal sehen, kann ich jetzt an den Gegner mal vorbei, ohne dass sie mich direkt angreifen? Das S. Wir können auch nicht mal mehr teleportieren. Du sollst diesen Dash lassen! Ich hab da nur einmal gedasht. Sprinten, D-Chan. Ja, ich halt ja schon gedrückt. Oh. Oh. We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look. Something's over there. Haben wir uns gerade ins Gesicht geschlagen? Ich glaube, du weißt jetzt, was ich gemeint habe. Ja. Wir haben ihn gefunden. Ein Pepp, der Zentraldragon. Und den hätte man nicht mal aus der Nähe gesehen können? Er ist ja versteckt. Oh. Der ist im Auge des Schneesturms, würde ich sagen. Des Sandsturms. Ja, der Se... Der Se... Der Sand-Schneesturm, natürlich. Heiman wusste, es würde groß sein, aber... nicht so groß sein. Heiman wusste, er ist das Zentrum des Sturms? Auge des Sturms. Pune God. Pune Human. Pune Human. Lass mein Domain. Pune God. Pune God. Pune Human. Pune Human. Pune Human. Pune Human. Archweiße mein ich dachte jetzt herman, nein, das ist... Das ist also nicht... Wer ist das, Eike? Eike wird es wieder nicht sagen, weil er mich wieder sagt.. Nee, ich sage es dir nicht. Du sollst ich schon... Sie hat die Kraft des Wasser, die die Möglichkeit, alles zu ändern. Wahrscheinlich liegt es an den Heil, dass ich den Heil nicht sofort erkannt habe. Ich weiß, dass du auch Gott und Menschen hattest, aber du bist zu weich geworden. Kannst du nicht von deinem Heil, selbst für nur einen Moment? Geh? Für nur einen Moment? Verdammter Bauer. Du findest keine Gratwürdigkeit von mir, selbst wenn du mich heilst. Sie hält schon sehr lange in Ihren Hassmodus. Du wirst nur den Drogen, der den Sumeru und die sieben Nationen zerbrechen. Nein, du bist krank, das ist alles. Das bin ich. Zeit wird Tod zu allen bringen. Es ist unerwartet. Obwohl ich krank bin, bleibt mein Geist klar. Wie hat es der Bösewicht aus Star Trek, der trifft der Generation, gesagt? Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Ich bin anders aus den alten Drogen, die mit dir zu Ende kamen. Es ist kein Geist für das. Es ist kein Geist in kämpfen. Was wir brauchen, ist die Wahrheit. Was denn? Er ist nicht die Stimme. Es ist nicht die Stimme? Er kommt von der Okanide. Nein, D-Chan. Es ist nicht die Stimme der Wasser-Okanide? Nein. Aber ein anderer Charakter aus Liebe. Ja, ja. Du willst mich wieder nur auflaufen lassen. Ha! One shall not tell you. Ah, ja. Na, wer ist es? Ähm... One shall not tell you. Not tell you. One shall not tell you. Welcher? Ist es ein NPC? Ja. Ja? Okay. Kein Mensch. One shall not tell you. Kein Mensch aus Liebe. Sehr arrogant. Die Mutter von Garnio. Ah, der Cloud Retainer. Okay. Blöd, Mann. Ganz echt, dass du darauf nicht gekommen bist. Kein Mensch und redet so verworren und so geschwollen. Da hättest du sofort reinspringen müssen. Ja, die Grundsprecher ist wohl darauf ge... Wie heißt das Wort? Geframed ist hier. Göttliche Wesen sprechen muss, aber... Nein. Weiter. Ha! Die Wahrheit. Die Schackels, die der Gott von Wisdom kann nicht ausgehen. Ich habe sehr viel bezahlt für die Wahrheit. Und du sollst das gleiche machen. Hey, nicht weg! Beide! Was kommt. Was kommt. Wo soll sie denn schon hin? Ah! Was ist das? Paimon's never seen that before. Es ist unsere Familie. Huh? Sie sind auch deine Familie? Aber sie sehen nicht wie Fungi. External Form ist nicht wichtig. Innern. Nature. Same. Das ist Paimon. Ich habe nicht kapiert. Sie sehen sehr surreal aus, nicht wahr? Die Komposition ihrer Elemental-Power ist identisch zu uns. In anderen Worten. Sie sind die Residenz unserer Home-Land. Ist das was sie, nachdem sie den Apokalypse erleben? Sie sehen ja sehr surreal aus, nicht wahr? Sie sehen ja sehr surreal aus, nicht wahr? Sie haben diese Form ausgewählt, um die Apokalypse zu überleben. Ist es eine Art Weg, um sie zu kämpfen zu kämpfen? Hey! Können ihr euch reden? Wir sind hier, um dich zu retten! Wir sind hier, um dich zu retten! Wir sind hier, um sie zu retten! Wir sind hier, um sie zu retten! Sie sind von der Fire Seed ausgewählt. Nur ihre Macht kann sie uniglich frei aus der Schreie. Die Werke sind die Instinkte, um sie zu retten, um zu retten, um das Energie zu retten. Und alles, was er runterging, in der Prozess der Adaptation wurde. So, das ist das Resultat des Verbotten-Königens. Mit unserem Welt ist es das gleiche, wenn das Verbotten-Königens hätte, dass sie nur auf die Tiere rampagieren können. Wie Fische, die auf der Lande kämpft. Nichts zu finden, dass sie ein einziges Puddel frisches Wasser in der ganzen Welt finden. Ja, aber bitte versuchte sie mit ihnen. Sie sind nicht schade in der Natur. All das sie wollen, ist zu leben. Ich sehe alles. Die Nacht ist kalt. Jetzt, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier. Geh mal weg, lass die Mann nicht totbeißen. Mach ich doch nicht, ich hab doch nur ein Schild. Du wurdest da gerade geschoben und wie sonst das, anstatt auf Yaimiko zu wechseln? Meine Güte, ey. Bleib stehen und lässt sich schieben. Ich hatte doch ein Schild. Ja trotzdem. Er kann nur schnell weggehen. Ach, die zwölf Sekunden. Ach, die zwölf Sekunden. Die Chon, der kann auch früher kaputt gehen. Der Schild hat Leben. Ich halte einen neuen. Ich halte einen neuen. Quasi ihre Körper sind quasi ihre Folter. Es scheint, dass sie nur die Feuerseed oder ein Peppes Herz von Oasis können sie zu retten. Aber es wird riesig sein, wenn wir die Feuerseed wieder benutzen. Verrückt. Wir können nicht die Feuerseed wieder benutzen. Daher ist er dann total verbraucht. Jeder geht nach Hause. Nicht nur uns. Äh, das ist ziemlich das Dilemma. Lass mich für einen Moment nachdenken. Hm, ist gut. Lass uns die Kraft der Feuerseed benutzen. Ich kann nicht behalten, sie in dem Desert wie so. Hm, dachte so können sie einfach einen neuen Feuerseed herstellen. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a pep again. Auf jeden Fall, dass sich noch mehr von denen treffen, dann ist halt in der Zeit wirklich leer. After all, that giant Dendro Dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes. Yes! Yes! Thank you. All right, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. We will all be able to go home soon. Wow. It's shining now. Oh, Heike. Sie ist digitiert. Wann sagst du sie? Wie? Oder es? Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. We can go home. Babababab. Ist das eine Anspielung, Eike? Bad was schon? Natürlich. Weißt du, wenn sie dann all die ganzen Infantar-Energie sich auslampelt, wird sie dann immer wieder ein Riesenpilz. Hör auf, sie zu sagen! Und der es? Das ist nicht meine weibliche Stimme! Wirklich? Ich habe wahrscheinlich gedacht wegen Familie, weil... Partner und Kind? Aber... No, Väter gibt es ja nicht. Ja, ich weiß. Und jetzt finden wir sie versteckt. Na gut, kann ja nicht so weit weg sein. Das ist schon schwer sein. Ist ja ziemlich groß. Nicht wahr? Wir müssen einfach nur auf das Auge des Sturms zugehen. Lichan, das ist sehr weit. Du solltest mal vielleicht einen Teleporter anschmeißen. So weit weg? Naja. Die paar hundert Meter. Die hätt ich auch gelaufen können. Ach komm, du blöden Geier. So. Fast geschafft. Hab wieder einen Hegel-Churl, der ein Brudel ist. Und ein paar, ah ja genau, Super Mario-Feuerblumen. Du könntest die ja mal ranziehen mit dem Dian-Ding. Ach komm. Du hast einen richtig Weg gespart. Da ist ja das bisschen. Du machst das schon wieder. Was denn? Meinst du den einmal dashen? Oh, einmal dran vorbei. Wohl, wird eh angreifen, oder? Oh nein, ein Wunder. Oh, Echse. Ach, schade. Den Dendro können wir da nicht einsammeln. Was denn? Hör auf, hier Zeug einzusammeln. Hier gibt es nichts Gutes. Ja, das liegt so. Nur das mit, was auf dem Weg liegt. Oh, neuer Aussichtspunkt. Oh, das ist groß. Ja, und du hast den Schild... Du bist noch nie hier gewesen. Ein Drache, der sehr, sehr, sehr groß ist. Wir müssen uns einfach von hinten an ihn anschleichen. Ich weiß, was ich kann tun. Epep, ich weiß, dass wir nicht die Augen zu Augen sehen sehen. Und dass wir eine sehr unterschiedliche Entdeckung der Welt und ihre Ordnung haben. Aber wir sind beide von der Elemental Kraft, und beide von der Tormen der Forbidden-Knowen. Wir sind nicht so sehr unterschiedlich. Und jetzt, wir haben einen gemeinsamen. Wir sollten nicht unsere Unterschiede geben. Wir müssen uns nicht in den Weg gehen. Hmm, wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. Ja, warum überhaupt noch? Nein, nicht palmen. Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Oh, ein seltener Moment, Eike, in dem Palmer mal von uns getrennt ist. Huh? Und was about the Traveler? Where'd he go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Hmm. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The Traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the Traveler around. Oh, let's hurry. He might be just up ahead. Paimon is not so much smaller than the Hedra. Yeah, the Hedra is not just big. So, okay. Then, then we'll look back to us. That's the Oasis. Jetzt ist keine Zeit für, äh, für Schaukeln. Ich war? So. Wir müssen uns suchen. Weiß das jetzt, wir sind jetzt im Inneren vom Drachen? Eike? Ja, hoffe ich, dass hier, solange das hier jetzt keine Magensäure ist. Ich meine mich zu erinnern, was war das gerade? Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier mal rumgelaufen sind, da waren auch die Säure. Äh, weiß ich nicht. Weiß das noch, Eike, als wir da rumgelaufen sind in Sumo? Da gab's doch auch so Stellen, in denen es, äh, der Boden, der was, äh, wo es Säure war. Und die Verbewüstung war. That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed. And it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! We still need to find the Traveller! Alright, hang on. Das wird doch bestimmt nicht so einfach sein, oder? Oh! Wait! The fire seed! What happened? Hat er Puff gemacht? Hat er Puff gemacht? Wir haben zu viel Elementalenergie verwendet. Oder hat die Energie von denen. It shattered. What? It was even more unstable than I expected. But, why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person. Vielleicht. But if I didn't use his power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Es sei denn, wir hätten ihn zu oft benutzt. Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Oder so. Which would be when we at first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht passieren wird, oder, Aike? Es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass Nahida plötzlich so... Oh, jetzt weiß ich, wie er meinen Feiersamen herstellt, oder? Das ist nur lazy writing. Vermutlich nicht. Ich... Äh... Äh... Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. Also, you're gonna become the fire seed? Yes, it'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. Was meint sie mit kleiner Aike? Aike? Weiter. Ja, was meint sie damit? What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But... You'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but... You'll lose your emotions, memories, and... Who knows what else? That's alright. None of that matters compared to the dangers that Apep is facing right now. No, no, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Tja, hab ich ja gesagt, ja. Hab ja gesagt, der Pilz wird sich nicht opfern. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. So, De-chan. Ja, nicht nur, ne? Dann sag jetzt, lebe wohl zu Nahida. Wirklich? Ja. Genau. Ich würde nie wieder aufdachen. Nie, nie wieder. Ja, De-chan. Genau, das wird gerade passieren. Ach, Quatsch. Nein, Eike, ich mach das nicht. Ich bringe jetzt keine, äh, wenn der Igel kreist, Referenz. Ganz wichtig. Nein. Bitte, nein, Nahida. Ah, ah. Was kommt da? Hä, wie war das nochmal, wie wollen sie nicht töten? Äh, die Feuerseide zerstört und Nahida ist, sie ist... Ich weiß, ein Sacrifice muss gemacht werden, aber nicht von dem Lord of Dendro. Wir haben alle auf dieser langen Reise gewachsen. Ah, ah. Ah, ah. Du wusstest, dass es zu diesem kommen wird. All die Wissen, Sprache und Emotionen, die du gelernt hast, werden in pure Elemental-Energie revertiert werden. In deinem neuen Home-Land, nichts von dem du bist wird bleiben. Du wirst nicht von jemandem erinnern werden. Ist das wirklich der Rückkehr, die du immer schon erwähnt hast? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Pyrrhus, bitte. Fühle unsere hartes Willen. Awaken! Der Nutz geht schon. Natürlich. Eine sehr merkwürdige Form. Man versteht ja fast gar nichts. Was für eine merkwürdige... Wollen wir jetzt nicht sein? Ist das nicht weit? Vielleicht soll ich doch mal die Ulti einlassen, oder? Wenn es dich glücklich macht. Not now. Don't blink! Hey! Cut to the tape! Viel zu früh. 1 Uhr die Verschwindung. Ja, das war so gut. Okay. Hey! Schnappt das ich gerade das Herz? wer hat denn hier keinen schild wir sollten ja aufhalten, dass sie die erste für mich berühren ich werde uns wohnen, egal wie lange es dauert das ist das Vertreter, die wir haben die Ulti zu ballern, macht das nicht wie die Ulti jetzt ballern, weil sie jetzt hier bei vielen Gegner macht das Sinn ich weiß, bei vielen Gegner macht das Sinn jetzt zum Beispiel guck doch mal die Ulti, verdammt aber viel zu spät, das ist viel zu unintuitiv du bist so einer wirklich, du siehst so aus als du dich das Tattoo gucken würdest, um die Kasten zu finden du bist viel zu unregelmäßig du musst den Schild zerstören ja, den will ich doch zerstören ja, dann musst du den dicken Ködel da kaputt machen na, ich glaube, du hast es besser gemacht als ich ja, ich hab dir den Kampf ja gezeigt und hab ihn auf höchste Schwierigkeit gemacht ach, den kreier, doch los, knall die Ult, knall doch die Ult jetzt da bist du unter und war während der Ult die Ult vom Kürching, du Birne mach den Schild, äh ja, den Schild, äh nein, du sollst den Schild den Schild den Schilder kaputt machen du musst den, du jetzt hat sich die Ult komplett verschwindet so wie dachte, war noch mehrere Gegner nein, aber die oh, die haben einen Schildpiller gehabt ach, den Schild da, den großen den Schildpiller ja, ich seh ihn doch mach ihn kaputt warum stehst du denn da machst du zwei machst du zwei Torrets, okay warum hast du nur zwei Mikro-Torrets gemacht ich hab doch drei gemacht nein, du hast zwei gemacht kannst du in der Aufnahme gleich nachgucken warum hat sich der warum hat sich der Asias aufgelöst weil die Verwitterung gerade weg ist jetzt ist alles wieder gut aber dafür sind die Elementarwesen alle weg viel Spaß, der ist gegen Dendroimmun na, ist der Troll ey, dann brauchst du sie ja nicht nehmen ich hab gewonnen, ob sie Feuer sah kann ich dir nur in der Kuland könnte ich machen, ja ein bisschen mehr Schaden ist mir besser als gar nichts warte mit der Ult, warte mit der Ult ja da, geh da rein, geh da rein, geh da vorne 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 rein, oh, ist tot Also wirklich, es wird gesagt, geh in den Schild und du machst es nicht. Ich wollte ja doch hin zu dem Schild. Los, heil deine Chance, du Idiot! Tijan rüste den Futterbeutel aus, meine Güte. Ey, was ist denn los mit dir? Du spielst richtig scheiße. Ja, ich weiß. Richtig, richtig, du checkst dein Let's Player. Ich habe ganz vergessen, den Beutel reinzupacken. Jetzt knall doch mal Klitschings Ult! Meine Güte! Du bist so ein Lappen, Alter! Ich glaube, das wird nicht funktionieren, Paimon. Wenn deine Ruhe-Reform nicht interessiert, dann lass uns wissen, dass du alles gut bist. Seine Wissen, Erinnerungen und Emotionen haben in Elemental-Präsidenten revertiert und veröffentiert. Sie sind nicht mehr zu reagieren, dich zu reagieren. Die Gäste, die mich mit vielen Ereignissen aufgenommen haben, haben sie auch veränderten in meine Elemental-Puhr, genau wie sie haben. Sie werden wieder neu sein, jetzt sie sind. Es ist nichts zu sagen. Aber das ist anders! Sie werden niemals das gleiche sein. Paimon, wir werden nie verstehen, und es werden nie verstehen uns. Das ist wie es destined zu sein. Das ist der Kreislauf der Wiedergeburt. Nein. Samara wird frei von Gefahr sein, so lange deine Gesundheit ist. Ich dachte, dass meine Rage umgekehrt werden würde, wenn meine Macht nach mir zurückgekehrt. Aber was ich jetzt fühle, ist ein Gefühl, das lange mich erledigt hat. Ich. Das Gefühl der Frieden. Das Vergebildene Wissen hat dich seitdem du verabschiedet wurde, großartig amplifiert deine Halt und Rage. Ja. Es gibt keine Gefahr dafür. Obwohl meine Halt für den Usurper von außerhalb des Himmels stirbt noch tief in mich. Sie und deine Menschen verabschiedet mir keinen Sinn. Was ab jetzt hast du uns also, Eike? Ja. Hm. Ja. Ja. Soll ich mal selber. Das war. Ja. Ja. Das Vergebildene Wissen können uns genug Macht geben, um die hevendlichen Prinzipien zu verdrehen. Ah. Die hevendlichen Prinzipien, Eike. Was ist das denn, Eike? Weißt du das? Was? Ja, guck doch mal, was da steht. Na? Der Drachenkirch Nibelung. Nibelung. Ja. Nibelung? Ditschern, das ist schon sehr oft passiert, aber da du ein Autist bist und das wieder vergessen hast, das ist schon damals, ist aber leider ein Fakt. Ach. Weil das damals schon passiert ist, als du über die Zeitgöttin geredet wurde in I.S. zweiter Storyquest. Da war ja auch der Name drüber geschrieben in Klein? Ja. Kann mich aber nicht dran erinnern. Tja, dann solltest du mal die Aufnahme gucken in deinem YouTube-Kanal, dann wirst du es sehen, dass es da so steht. Nach dem Kampf mit den Puppeln. Ich finde es halt nur merkwürdig, weil sie halt nur Drachenkirch gesagt hat und nicht seinen ganzen Namen, dass der Held da drüber steht. Ach, Ditschern, vielleicht ist es im chinesischen Dub oder im japanischen Dub gesagt worden. Vielleicht ist es einfach ein Addendum. Du weißt doch, Addendum, das sagst du doch so gerne. Ich sag das gerne? Ja. Na gut, vielleicht können ja die Leute, die das Spiel oder das hier stütziert in die anderen Sprachen gespielt haben... Ditschern, dir einfach deinen Kanal gucken und wirst du sehen, dass es genau da so steht. Dass es auch so klein geschrieben da steht und dass das schon sehr oft vorgekommen ist. Ja, ja, ist okay. Aber du das immer wegignoriert hast. Ja, ist okay. Ich meine ja nur, vielleicht können Leute, die das in diesen Sprachen, die du genannt hast, vielleicht hier gespielt haben, vielleicht können die das ja bestätigen in den Kommentaren. Was? Ja, was denn? In der Krieg, der Vektor hätte das Recht, um die Welt zu entwickeln, während die Verletzungen in Asch zu verändern müssen. Aber ich habe nicht auf der Suche für einen Weg, um die Tide zu verändern. Auch nach dem Tod des Drachenkönig kamen. Es ist witzig eigentlich, wahr? Wie gibt es in jedem Fantasy-Szenario immer einen Drachenkönig, oder? Oder einen obersten großen Drachen? In jedem? Naja, bei World of Warcraft gibt es einen obersten Drachen. Bei Dungeons & Dragons gibt es hier die Golddrachen. Ja. Und so weiter. Ist ein weit verbreitetes Motiv, nicht wahr? Okay, jetzt mal weiter. Genau. Und das gibt es im Fantasy auch immer. Irgendwie ist es so eine Zeit, in der Drachen immer, äh, äh, hierherrscht haben und dann gab es einen großen, großen Grund, weswegen es dann sich geändert hat. Und sie ja verschwunden sind. Aber du hast noch nicht gefordert, oder? Weil Amun Al-Akhmar. Ja. Al-Akhmar hat letztendlich diese Macht bekommen mit der Hilfe von Nabu Malikata. Seine Ambitionen werden weiterentwickelt und er planete, um ein kräftiges König in meinem Domain zu entwickeln. Obwohl ich nicht viel über ihn erinnern hatte, habe ich seine Aktionen unter einer Kondition gefordert. Hm? Die Kondition war, dass nach seinem Tod, all das Wissen, das er kamen, um zu accumulieren, gehört mir zu sein. Und da ist natürlich das Verbot mit dabei gewesen. Tja. At that time, I still harbored deeper breaths. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones. while others chose to flee after experiencing pain and agony. ... ... ... ... ... Nein, Dejan, die haben keine Form gewählt. Die Drachen waren immer Drachen. Dejan, auch wenn du es wieder vergessen hast, in Ekonomie war das Thema, dass die alten Bewohner der Welt Echsen waren. Ja, die unter der Erde, in der Hohlerde. Nein, die unter die Erde... Ja. Nein, die unter die Erde getrieben wurden. Meine Güte. Ja. Wieso vergisst du das immer? Ich hab dir das doch schon fünfmal erklärt. Das weiß ich doch. Das ist immer so... Du bist wie so ein Alzheimer-Patient, dem man alles fünfmal erklären kann, und jedes Mal... Oh. Das nervt langsam. Wie? Du bist wirklich verrückt. Du bist so... ... 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 Ich habe ihn voll, als ich bereit war, und Absorben hat seine Elemente Kraft. Aber was ich habe nicht mehr Vorteil bekommen. Nein, ich habe die Apokalypse bekommen. Ich habe all meine Kraft versucht, um die Schmerzen zu halten. Ich hatte keine Energie, um die Wissen zu analysieren, die Erinnerung erzulassen hat. Aber sogar dann, ich glaube, dass seine Insanität viel größer als die meiner eigenen Welt war. Also, das ist wie der Apokalypse begann. Ich verabschiede, dass ich für seine Schrauben bin. Ich war wie ein Final Failsafe in seinem Plan. Ist das eine Drohung? Was? Und er hat es gemacht. Gut. Den wichtigsten Satz übersprungen. Hey! Sieht, wie wir wieder rausgebracht haben! Noch in einem Stück auch! Der Drago braucht eine sehr lange Zeit, bevor er wieder voll gesund ist. Es ist nicht so gut, wie es vorher war. Hearing the dragon of his illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplish something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Stimmt, die waren ja auch noch da. Oh, ja. Lass uns kurz und schauen uns. Wie werden wir all die komplizierten Dinge erklären, die passiert? Einfach. Ja, die machen jetzt einfach. Los. Wieso? Geht die so schnell? Machst du schon wieder diesen Dash? Was für ein Dash? Einfach einsammeln. Muss ja von der Zeit her passen. Well, what do we have here? What do we have here? Wegporten, 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 wegporten. Wollte ich doch sowieso. Allein das du die... Warum portest du dich da hin? Warum gehst du nicht zum Quizpunkt? Weil wir erstmal die Folge hier beenden. Oh, ne. Ja, was denn? Okay, dann typieren wir mal zu den Pilzenlässchen und versuchen, ihnen zu erklären, was jetzt mit ihren... ...oder seinem Partner überhaupt passiert ist. Könnte ein bisschen kompliziert werden. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt eher traurig. Keine Sorge, Eike. Ich werde das dann auch einsammeln. Keine Sorge, Eike. We're back! I'm sorry, I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. Well, it said that Newer is its most important family member. That's your name, isn't it? What? Du hast es schon wieder übersprungen. Ich dachte, er hat es auch gerade gesagt. Hör doch aus, wenn man so hast, dich zu klicken. Genau, wenn es zum essentiellen, goldenen Kirschenpunkt kommt, machst du klick. Jedes Mal. Das ist wunderbar. So, es hat sich geändert, wenn es sich für alles bleibt. Sie werden sicher wieder im Tag nochmal treffen, dich an, in allen Quests mittlerweile sind mindestens 3 Sekunden Wartezeit meistens drin, bis ein Dialog weitergeht. Da sind viele Pausen drin. Deswegen würde ich dir fast empfehlen, einen zweiten Account zu machen, um die Quests vorzuspielen, damit du weißt, dass es dich erwartet. Aber das ist in deinem Zeitmanagement eher nicht machbar. Er muss sich ja da auch wieder komplett erst wieder hochspielen. Ist ja auch so schwer. Moment, können wir deren... Nein, können wir leider nicht. Schade. Nein, morgen kannst du aber mit ihnen nochmal reden. Hm, gesungene Sprache. Ja, dann haben wir die Elementarwesen... Hast du den eine Bist gemacht? Naja, hast du. Ja, den eine Bist ja schon gemacht. So, jetzt haben wir die Elementarwesen wieder in ihre Heimat zurückgebracht. Das Dumme ist ja nur, naja, das Dumme, ein Anführungszeichen, dass sie jetzt dadurch... Nicht mehr existieren. Ja, quasi nicht mehr existieren. Sie sind zur Energie geworden und müssen erst wiedergeboren werden, so wie sie sagt. Das Dumme ist halt nur, dass dann halt dann die Persönlichkeit natürlich dann weg ist, wie man es auch bei einer, äh, aus den buddhistischen Glauben kennt. Nicht wahr? Ja. Aber hey, zumindest haben wir auch den Drachen. Und damit ist, damit ist es scheißegal, ob man wiedergeboren wird oder nicht. Wenn die Erinnerungen weg sind, bist du weg und hörst aufzuexistieren. Damit ist es scheißegal, ob du eine unsterbliche Seele hast oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Du bist höchst aufzuexistieren. Egal, was du tust. Also, komplette Scheiße. Ja, außer du erreichst nur Warnung. Das ist ja dann der totale, ähm... Das ist, das ist hundertprozentiges Aufhören zu existieren. Da wirst du nicht mal mehr wiedergeboren. Ja, das wollten wir erreichen. Ja, das ist noch beschissener. Ja. Glaubst du, der Drache wird noch irgendwann wichtig werden wieder? Er ist natürlich immer noch da. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Es wäre alles möglich. Aber hey, vielleicht wird dadurch, dass sie jetzt hier sich mit ihr Kind, wenn dann vielleicht sich die Pilzbästchen weiterentwickeln, äh, entwickeln, entwickeln, Eike. Weil sie konnte ja sprechen. Und sie hat es ja selber gesagt. Sie hinterlässt immer, hat einen Teil ihres Wesens quasi an ihr Kind weitergegeben. Hör doch auf, immer sie zu sagen. Oder es, ist doch egal. Oder er, oder sie. Warum sagst du immer sie? Ich weiß nicht, ich denke immer nur an Mütter. Ich habe ihn erschaffen. Sieht schon, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Das sind Pilze. Das sind Sporen. Hör doch auf, immer sie zu sagen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das Gegenteil von Misgendern. Das ist halt falsch. Ja. Es, sag es. Es ist kein, es hat kein Geschlecht. Ich klinge jetzt in SJW, aber das ist einfach falsch, dieses Ding sie zu nennen. Ja, faktisch ist es richtig, weil, ja, dass es ein S ist, sondern kein Geschlechtslos ist. Ja, ich weiß. Es nervt halt, weil du immer sie sagst. Das stimmt halt nicht. Ich entschuldige mich. Ah, tja, okay. Damit hätten wir diese Quest jetzt auch abgeschlossen. Ah, hm. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht mal die anderen Quests machen, mal das neue Gebiet erkunden. Ja, das neue Gebiet erkunden. Mal die alten Gebiete fertig erkunden. Ach, kommen die paar Prozent. Jetzt sag mal, wie viel Wüstenprozent hast du denn? Du meinst, war der neue Wüste oder der alten Wüste? Beides. Ja, hier fehlt nur ein Prozent. Das ist wahrscheinlich unterirdisch. Und hier sind es noch, naja, die Hälfte. Mhm. Ja, und das kleine Stück. Hast du die Jet-Quest überhaupt fertig gemacht? Die Jet-Quest? Nein, habe ich nicht fertig gemacht. Aber die kann ich ja machen. Ja, also dann halt das Maul. Ja, scheitert es, dass die keine richtige Haupt-Quest ist. Da passiert so viel. Nicht wahr? Ja, hast du selber gesagt. Nicht wahr? Habe ich das? Doch, du hast es gesagt. Du hast gesagt, oh, warum ist das hier keine richtige große Regiale? Habe ich das? Ich weiß es nicht. Hast du gesagt? Ich dementiere das. Dass es keine richtige große Quest ist, die im Buch drinsteht, sondern halt so eine Welt-Quest, so eine Neben-Quest, die halt nicht offiziell ist. Diese Quests, wo man hier Leute retten kann oder Sachen einsammelt. Ach, man muss zum Beispiel. Genau. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, welche von den Quests in Genshin Impact of Hines gespielt habt. Gehen wir ja davon aus, ich weige, die nicht offiziell, also nicht im Questbuch vorgegeben sind, die ihr am besten findet. Okay, dann treffen wir uns mal mit der Familie. Kleiner Bonus sozusagen. Ja. Ich höre keinen Ton übrigens. Wie, du hast keinen Ton. So, mal sehen, was sich jetzt mit denen geändert hat. Ich würde gerne noch mehr dafür tun, dass sie sich wiedersehen. Neben diesen beiden Pilzbäschen macht sich Palmein auch ein wenig Sorgen um das Lager der schwebenden Animo-Pilzbestie. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe eine Idee, warum bringen wir sie nicht weg von hier und lassen sie mit den anderen zusammenleben? Da sie für gewöhnlich eh alle unter der Führung von Inventarwesen leben, sollten sie sich ihrer Gewohnheiten eigentlich gleichen. Ja. Stimmt, und sie können, äh? Und sie können gegenseitig aufeinander Acht geben. Also, wollt ihr mit uns kommen? Pam, 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 pam. Das ist quasi Zeichensprache? Da scheint jemand aber überzeugt zu sein. Was? Lasst uns gehen. Die Pilzbestien scheinen sich an uns zu erinnern. Sie sind ja richtig lieb. Ja, aber nur diese hier. Es scheint, dass diese Elementarwesen hier eine hohe Stellung genießt. Puh, was haben wir denn vor? Wollt ihr etwa mit Palmen spielen? Nein, wir wollen sie essen. Nein, 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 na gut. Hey, Dechan, Palmen wird ein bisschen mit ihnen spielen, ja? Darf Palmen zum Spielen rausgehen? Viel Spaß. Viel Spaß. Es gibt dafür... Ne, Moment. Es gibt da etwas, wofür ich mich bei dir entschuldigen muss. Als der Feuersahn in Apep zersprang, da wollte ich meine Kraft opfern. Hat Palmen es dir erzählt? Hm, haben wir uns Sorge gemacht, aber waren wir sauer. Ich war ziemlich sauer. Ich war nicht ruhig genug und ich hätte damals mehr darüber nachdenken und eine bessere Entscheidung treffen müssen. Aber ich hatte Angst, wenn ich nur daran gedachte, dass der Dendro-Drache und Gatsumro in Gefahr waren. Wenn ich mir entscheide, nicht zu handeln, auch wenn noch etwas getan werden könne. Oder wenn die Zeit abgelaufen wäre, bevor ich meine ganze Idee aufgebraucht hätte. Meine Kräfte zu nutzen ist das leichteste, aber tatsächlich ist auch das schwierigste. Denn aus großer Kraft kommt... Naja, er kennt den Spruch. Ja, ich glaube, ich habe eine Menge von ihnen gelernt. Ich wusste damals zwar schon, wie es heißt, als ich den Satz Dann wäre unsere Wunsch in Erfüllung gegangen, hörte, aber es fiel mir schwer, es zu akzeptieren. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann so etwas so leicht und fröhlich klingen, wenn es sich doch zum Weinen bringt? Wieder einmal habe ich meine Probleme damit, Empathie zu empfinden. Ach, du lernst das noch. Nicht wahr? Eike? Mir geht es genauso. Danke, dass du mich tröstest. Emotionen sind so kompliziert. Ich habe noch viel zu lernen. Richard, mach dir heute den Leselaut. Ja, muss ich ja machen, wenn das nicht vertont ist. Huch! 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 Ja, ich wette, als die Menschen angefangen haben, ähm, 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 wie heißt das, äh... Wie heißt das, Bau zu begehen? Wie heißt das Wort, weil ich suche? Ähm, Agrarbau zu Beginn, da sahen die wahrscheinlich die Felder wahrscheinlich auch so, anfangs so aus. Das glaubt mal. Da haben die wahrscheinlich einfach nur die Erde aufgerissen und dann ein paar Sachen gestreut und gesehen. Oh, die wachsen ja. Genauso ist es passiert. Sie wissen sogar, wie man Felder bewirtschaftet. Das mussten sie, das müssen sie sich wohl abgeschaut haben. Aber da diese Pilzbästin sogar sprechen gelernt hat, könnte es vielleicht auch an den Elementarkräften und deren Einschluss über eine lange Zeit liegen. Die Zeit ist schon was Machtvolles. Ja. Die Theorie hatte ich ja gehabt, Eike, nicht wahr? Dass sie aufgrund ihrer Verwandtschaft oder ihrer Herkunft die Elementarenergie in sich aufgenommen hat. Sie? Nein, oder es eigentlich mal von ihren Erzeuger. Das Pilzwesen. Das Pilzwesen. Ganz genau, und die Sorgen um diese zwei Elementarwesen sind wie weggeblasen. Ich werde mich dann um dieses Lager kümmern und von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um zu sehen, wie es hier läuft. Ich will die Spuren, die sie hinterlassen, bewahren und Möglichkeiten für eine künftige Begegnung schaffen. Schließlich erinnert sich diese Pilzwesen an ihren Namen nur, und ihre Erinnerungen sind zurückgekehrt. Wunderfamilie, ein Wunder ist geschehen. Hm. Ein Wunder ist geschehen. Ja, sehen wir es als eine Art wunderschönen Wunsch. Nahida, die Pilzbästchen haben Früchte mitgebracht. Komm, hauen wir rein. Hauptsache Essen. Hä, du kannst dir sicher sein, dass ich dabei bin. Ja, und entwickeln sie sich dann weiter. Am Ende bauen sie hier eine eigene Gesellschaft auf, Eike. Lies mal den Bosseintrag zum Pilzhühnchen. Pilzhühnchen? Ach, du meinst das da hinten? Der Kollei-Boss. Wo war denn das? Genau da. Achso, in dem... Äh, Handbuch. Ja. Gefiederte Pilzbästie? Ja. Die du, falls du es nicht findest. Mystische Pilz... äh, mystische Bestien, gefiederte Pilzbästie? Im Laufe einer langen Zeit haben sich große Pilzbästien mit einzigartigen... äh, einzigartigen Formen entwickelt. Ihr Intelligenzniveau hat sich dem eines echten... Was? Was? Das musst du auch sagen, wenn du dich schon so hart verdienst wie Drachenlord. Was? Nach jedem Wort was? 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 Ihr Intelligenzniveau hat sich dem eines echten Tiers angenähert und es sogar übertroffen. Sie jagt aktiv, um sich zu ernähren. Ihr Schwanz hat wunderschöne Federn und sie sind alten, heiligen Tieren, die von... Spantam... Was? Spantamat verehrt werden, sehr ähnlich. Nach der Logi der... Was? Spantamat. Ja, mimetischen Evolution ist es sehr wahrscheinlich... Äh, ist es wahrscheinlich, dass sie einst gemeinsam auf der Erde lebten. Pilzbestien, die sich an der Umgebung anpassen. Du kannst die anderen Wesen lesen. Irgendwo steht dann darin, dass sie erst aufhören, wenn die ganze Welt mit Pilzen überwuchert ist. Meinst du, wie bei Nausicaa, äh? Ja, oder wie bei Warhammer 40k. Du weißt ja. Oh, es sind Pilze. Oh, es sind Pilze, deswegen sind sie geschlechtslos. Let's work through it together. Two heads are better than one. Als wenn sie uns anschaut, Eike. Hm. Wie ein Verbund in der Familie. Okay. Schau, dass ihre Mama tot ist. Quasi tot. Was mit Arpep ist... Die ist tot. Was ich mit Arpep und Arpep kann sich auch noch... Äh, ist auch noch da. Aber das haben wir ja bereits schon gesagt. Arpep gehört ja nicht zur Familie. Ja, aber er könnte später noch eingreifen. Das tut er nicht. Der hasst die Götter. Das wäre ja ein Grund. Besser nicht. Ja, er war jetzt ziemlich mächtig. Dejan, das Ding ist an die 500 Meter groß. Denk daran, dass... Wir haben es doch gesehen. Die Walen ist gerade mal so ein... Ist gerade mal 15 Meter groß oder so. Ja, ja, wir haben es doch gesehen. Wir haben doch Augen. Und der Schuruen-Bot. Der Schuruen-Bot. Der ist höchstens so 20? 35 Meter groß. Okay. Schönes Bild bis zum Ende. Also sehen wir uns dann bei den nächsten. Oder ein Berg. Also das wäre jetzt ja ein schönes Bild. Also sehen wir uns dann eventuell bei Kapitel 3. Okay. Genau. Genau.